So, ich bin jetzt im Plänterwald und ihr wisst was gerade jetzt. Ich schaue noch mal nach dem Spreepark. Wir sind jetzt nur noch da vorne vorne. Und dann rechts oder links. Am Ende rechts. Dann fahren auch die BVG Busse. Das heißt, wir kommen auch schneller heim. Wir sind auch schnell in das Zentrum. Wir sind jetzt mal auf der alten BVB. Wir sind alles jetzt schon wieder auf der Realität. Wir sind jetzt schon noch da vorne. Die Kilometer. Naja. My Gott. Es ist auch schon hier. Wir sind auf der anderen Seite. Wir sind jetzt hier. Wir sind jetzt hier. Wir sind hier über��end. Wir sind hier in die Kilometer. Die Kilometer kommt hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Untertitelung des ZDF, 2020